Los, los, den! Los! Drauf, die Sepsikmack! Ich schicke dir was. Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaaah! Raff! Geh aus dem Weg! Schütze den Storflug ansetzen! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Aaaaaaaaaaah! Lass uns wieder! Lass uns wieder! Ich muss noch ein Ruhestand! Ich zieh zurück nach Sanctio in Schussburg! Ich kann aber auch gleich verrucksilfe in der Trinzität! Trinz-Track-Fallor! Die Trin-Konklinik-Konklinik-Nun! Ach, was war's denn los? Das müsste berühmt werden, nachdem du damit reingezogen hast! Du bist ziemlich reichst du den Killkopf raus! Hehehe! Hehehe! Ich erwarte gerade, schädig! Die Affe gefälligst dich, Back! Sie geht auf den Schloss! Vorsicht! Ich rate dir, bitte, dass Backwind das überlebt! Oh, hol dir die Blatt! Reion! Bleib! Du kannst mich nicht kontrollieren! Rack! Ich bin noch im Strykopf! Ich bin noch im Strykopf! Ich bin noch im Strykopf! Es tut nicht weh! Ehrenwort! Okay, sie lebt noch. Also, hol die Mikutschip aus ihrem Haltband. Dann schaffst du sie zurück nach Sanctuary. Quatsch, mich nicht dauernd frei! Guck! Oh, jetzt weiß ich's wieder. Sprengstoff! Manchein! Nein! So, schaffst du siehst, du hilfloser Besser. Gib auf und stell dich, sonst war dieser dämliche Flattermann nur der Anfang. Verdammt, Jack! Ich bring dich um! Hörst du mich? Tut mir leid wegen Bloodwing-Soldat, aber wir müssen weiter. Bring das Software-Upgrade zu Claptrap, dann kommen wir durch das Sicherheitskraftfeld, das Control Core Angel abschirmt. Wo ist denn bloß? Ich hatte doch irgendwo ne Violine. Ich wollte so sarkastisch damit rumfiedeln. Gestern war sie noch da. Jetzt, wo ist sie denn? Ähm, Blake! Wo ist die blöde Geige? Wow, wow, wow! Du hast doch nicht geglaubt, du würdest lebendig hier rauskommen! Eisdringling in Reichweite. Verstärkung wird eingesetzt. Kammerjäger, runter! Wiemlich, hoch! Ich bin bloß! Ich bin bloß! Undja! Wiemlich, hoch! Lass uns mit Schwer高! Na also, da ist sie ja. So, dies ist ein Lied für Mordecais blöden Vogel. Mist, wäre lustig gewesen, wenn ich sie früher gehabt hätte. Klappe!